hallo meine lieben freunde willkommen bei einer folge von life is strange 2 ich bin zweifelzeit mitglieder bodyman's und wir machen mal weiter mit der ganzen schose hier so wenn ich jetzt aufstoßen sollte ich habe gerade hamburg gegessen und hat mir jetzt ein bisschen selter noch gegönnt oder holen los trüffel und der buttercup genannt vergiss nicht nur hin zu fördern das ist auch so ein netter typ ist ich fühle mich schuldig dass ich es geklaut habe aber der arsch hatte es verdient und dann hier muss sich warm halten finde ich auch also sonst hätte ich nichts geklaut gar nichts also ok innovatisierungs patches und anhänger ausrüsten was ausrüsten 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 Sandbogen. Mit dem Hund spielen. Echt? Ja. Lass mich erst mal testen. Cool? Na, okay. Aber ich bin weiter. Okay, Puppe. Geh weit. Komm schon, Mushroom. Komm schon, Mushroom. 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 Hier, Kleider. Hier, Kleider. Irgendwas geht doch da locker schief. Komm schon, Mushroom. Komm schon, Mushroom. Get that stick. Komm schon, Mushroom. Es sieht aus, dass die beiden zusammenkommen sind. Es ist gut, dass sie so sehen. Na, wir haben dich diese Wohnung. Seriously? Das ist nur eine Wohnung. Kein Problem. Schöne. Schöne. Ich hatte schwierige Zeiten, als ich angefangen habe. Und... ...eine Flüchtlinge haben meine Leben saved. Danke. Jetzt ist meine Zeit, um zu helfen. Es ist genau da. Room 10. Auf der zweiten Flüge. Hör. Ich will dich nicht schreien. Okay? Aber... Du musst jetzt zweit so bemerken. Ich weiß, es ist leichter gesagt, als es getan ist. Aber... Du solltest das Handy wegnehmen. Okay. Okay. Du kannst immer einen Börner bekommen. Aber glaub mir. Und Sean... Phil... Aber Hipster! Du kannst es nicht einfach gehen. Okay. Ich werde dich vermissen, Hipster. Ach Mensch, Hipster. Geil. Oh, ist das süß, Alter. Ah! Ja, ey, machen wir. Brody ist so cool. Ach, Hipster. Okay. Time to hit the sack. Don't worry, Mushroom, I got you. AfK Brody's Brief John, ich bin ein besserer Autor als Redner, also schreibe ich dir, während du und Daniel im Auto schlafen. Es tut mir leid, dass ich euch nicht weiter mitnehmen kann, aber dafür gibt es einen guten Grund. So dysfunktional sie auch sein kann, Familie ist Familie. Als wir uns begegneten, war ich auf dem Weg nach Utah, wo meine Mutter derzeit ihren Kampf gegen den Krebs verliert. Ach, scheiße, nein! Ich muss dorthin. Du wirst ein paar Dollar im Rucksack finden. Das ist alles an Bargeld, was ich übrig habe. Aber du brauchst es mehr als ich. Dein Ziel ist gut und du musst deinem Instinkt folgen. Doch sei bitte vorsichtig und beschütze deinen Bruder um jeden Preis. Du wirst sehen, wenn du ihm die Wahrheit über Seattle erzählst, dass ihr euch durch das Teilen desselben Schmerzes stärker werdet. Wenn ihr Mexiko erreicht, haltet euch bedeckt, bis ihr die Leute trefft, auf die ihr euch wirklich verlassen können. Ich denke, dort seid ihr auf jeden Fall sicherer als hier. Ein toter Polizist ist mit der derzeitigen Lage kein guter Anfang für eine Verhandlung. Ich wünschte, ich hätte euch beide unter bessere Umstände getroffen. Doch ich bin froh, dass ich euch nach Möglichkeiten erhelfen konnte. Passt auf euch auf, Brody. Also Hipster. PS, melde dich, wenn ihr sicher seid. A Tribe Called West. Ich bin immer online, solange ich nicht fahre. Es ist eine Weile her, dass ich einen Stift benutzt habe. Ich hoffe, du kannst das hier entziffern. Oh Mann. Der ist so cool. Ich mag ihn echt. 39, 91. Yes. Wir haben da Geld. Okay. 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 Oh. Okay. Okay. Okay, gut. Looks like the managers are asleep for the night. Shouldn't have any trouble from them. Wollen wir mal gucken, das finde ich... Also Nummer 10. Geil. Nummer 9. Nummer 10. Nice. Oh mein Gott, ist das cool. Oh mein Gott. Ready? Up here. Ha! Steinen. Steinen. Ja! Ich bin halt der beste Bruder überhaupt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hot Dog Man is on. Oh, I remember this episode. Weird, it's on so late. Yeah. Don't think we'll be coming back this way. Okay. Okay. Alles klar. Alles klar. Und dann ist das. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bisschen zeichnen. cool. Cool. I think I'm ready to draw this. This episode is awesome. You should sit down and watch it with me. Okay. 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 Alter, egal ist das denn. Er ist so calm, wenn er die TV schaut. Gut für ihn. Nice. Altes Spielzeug. Stehen darf man nicht. Auch wenn ich es gemacht habe. Aber du musst an mir nicht ein schlechtes Beispiel nehmen. Brody war super nett mit uns. Wenn es schlecht ist, dann... warum hast du es gemacht? Hey, wir mussten es. Es war anders. Ich will nicht, dass du dich umdrehen willst. Verstehst du? Ja. Okay. Warte mal, ich lese mir mal die Motelregeln durch. Minderjährige müssen von einer Erwachsenen begleitet werden. Äh, nö. Kein Rauchen. Kein Lärm oder laute Musik. Kein Kochen. Und kein offenes Feuer. Frühstück von 7 bis 10 Uhr. Checkout bis 11 Uhr. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung für verlorene und lockstolende Gegenstände. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Ist eine tolle Regel. Wir sind gezwungen. Ach, damn. Mein fucking Rednick hat mich hart. Ich habe ihn hart. Ich habe ihn hart. Lass mal Hände waschen. Gesicht waschen. Das ist immer das Wichtigste hier. Das sagt Facebook. Nicht. Handtuch, Alter. Daniel. Du hast in der Bühne Schäden. Du siehst nicht. Ja, ja, ja. Ja. Fill her up. Fill her up. Yuck, Sean. There's a condom in my bag. Oh, uh, uh, uh. Hey. Das ist Mainz. Daniel will love this. Daniel will love this. Was? Na, Theorie ja. One bubble bath coming up. Brother of the month. Yeah, right. Man. This hot water is so good. Ah, Daniel. Was geht? Ich werde immer mein Wasser haben. Was? The bun one attached hot dog man. And turn him into sausage meat. Oh yeah. The giant meatball attacks in the next episode, right? Yes. And they get the meat the city mayo. Man. It's been ages. Why don't you watch hot dog man as me anymore? I'm too old, dude. And I've seen it so long. I'm too old, dude. Okay, Grandpa Sean. Feels so good to sit down and watch TV. Hm. True. Okay. I'm done here. You're missing the best part. I know. You ready? Aw, the episode's almost finished. Nice try. The water's hot. Come on. Yeah, okay. I'm going. Nimmst jetzt nicht alles den Hund noch mit. Oh my god. Woah. So many bubbles. Try and keep them in the bathtub. I will. Promise. Thanks. And know, the dog is not taking the bath with you. Okay, okay. Don't worry. Sorry. Der Hund ist trotzdem mit im Bad. I should throw my phone away while Daniel is washing. He'd freak out if he saw me. Schau mal mein Handy. Ich bin Handy-süchtig. You need to say goodbye to modern life. Layla, müssen wir uns nochmal melden. Oh, shit. Layla's freaking out. Maybe I should leave her out of this. Or she'll get into trouble, too. Oh, scheiße. Jetzt muss ich mich entscheiden. Oh, scheiße. Jetzt muss ich mich entscheiden. Das ist eine große Freundin. Ich muss sie zurück rufen. Sean? Hey, Eliza. Sean, is that you? Do you... Sean. Oh, God. Are you okay? I guess... I'm... I'm in a hotel. With Daniel. Shit. Everyone's looking for you here. Get to still. How about you? Are you okay? No. Everything's fucked up. I'm so worried about you. The cops are talking to everybody at school. This is a nightmare. We're fucked. Sean, don't say that. It won't be okay. I miss you so much. Maybe you could come back. You know I wish I could, but... I can't take that risk. They're gonna put me in jury. Daniel... Oh, shit. You're innocent. And I've got your back. No matter what. No way. I'm not gonna let you get in trouble for me. Stop acting like I'm ever gonna see you again. That's bullshit. I'm sorry. I totally hate this. I guess... The freaking fighters are disbanded for a while. Shit actually changes, I guess. So... Where are you going? Um... We're just going... Away. For now. I'll call you if I get a chance. I'll call you if I get a chance. I miss you, Layla. Sean, we... Heftish. Okay. Okay. Okay, okay. And... Action! Daniel! Get your butt in here right now. What? What did I do? You forgot to open this present. What is this? Salt? Underwear? That's it? Yeah. Pretty cool, huh? That's what I got when I was a kid. Hot fun. Yeah, it is. Dude. Check out your face. Wait. What? What? There's another one here. What is it? Daniel, let me help. Looks bigger than underwear. Shit. Man. No way. Can't believe it. The new playbots? Thank you, Santa. Hey, don't look at me. You were a good boy this year. Yeah. das muss so hart sein ich kann mir das gar nicht vorstellen das geht die das nicht die Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Don't think about it. Just tell Daniel the truth. Are you kidding me? Do you remember that song? Come on, dance!